Es wäre das politische Comeback des Jahres. Karl Theodor zu Guttenberg soll die CSU im Bundestagswahlkampf unterstützen. Der frühere Verteidigungsminister soll zugesagt haben, für mehrere große Kundgebungen nach Bayern zu kommen. Das meldet der Spiegel. Demnach hat sich der in den USA lebende Guttenberg in dieser Woche mit CSU-Generalsekretär Scheuer zu einem Gespräch getroffen. Dabei sollen sie Einzelheiten seines Engagements für die Partei besprochen haben. Um ein Bundestagsmandat wolle sich Guttenberg aber nicht bewerben. 2011 musste er als Verteidigungsminister zurücktreten, weil seine Doktorarbeit als Plagiat entlarvt worden war.